Willkommen zum zweiten Teil meines hoffentlich unterhaltsamen Jahresrückblicks. Das funktioniert so, ich schaue meine Twitter-Posts an zu der letzten sechs Monate. Jetzt sind es die letzten sechs Monate, im vorherigen Video. Das findet ihr in der Endcard oder ihr geht im Videostream ein Video zurück. Das ist das Video davor. Und da gucke ich die Ansage immer als Datum. Wenn euch die Links interessieren, könnt ihr draufklicken. Ich blende sie jetzt nicht ein. Erstens mal, das ist zu viel Arbeit. Zweitens mal, ist das urheberrechtlich ein Motzgeschieß heutzutage. Deswegen machen wir jetzt das einfach so. Und wenn ihr das Video nur nebenher lassen wollt, so als Einschlaf-Video oder so, dann braucht ihr die Bilder sowieso nicht. Jetzt erst einmal noch einen Schluck, weil das wird wahrscheinlich wieder länger. Auch wenn böse Zungen was Gegenteiliges behaupten. Ich habe mir jetzt den Feed selber nicht mehr vorher angeguckt. Ich gucke ihn jetzt auch mit euch zum ersten Mal an. Das ist dann sozusagen ein React-To-Video. Auch eine so total bescheuerte Sparte auf YouTube. Genauso wie Unboxing-Videos. Okay. Watchells. Fangen wir einfach mal an. 1. Juli. Regierung setzt Staatstrojaner gegen Opposition ein. In Mexiko. Also damit konnte wirklich niemand rechnen. Naja gut. Also das ist natürlich das übliche Problem bei diesen Überwachungsmaßnahmen. Auch bei diesen Abhörmaßnahmen ist das Problem. Wer definiert dann, wer der Feind ist? Und wer stellt sicher, dass nicht diejenigen, die gerade an der Macht sind, das benutzen, um diejenigen, die die Macht wollen, nennen wir es mal zu kontrollieren. So was kann natürlich in der Praxis nie vorkommen. Watergate. Ähm ja. Ja, deswegen denke ich mal, ist der Einsatz von Staatstrojanern eine gute Sache. Sollten wir alle unbedingt fördern. 2. Juli. Heise titelt. Großer Satellit zerbricht in dicht besiedelter Umlaufbahn. Und ich habe nur so ganz trocken dazu gemeint. Hoffentlich hat Sandra Bullock gerade Zeit. Am 4. Juli ging es mit der ganzen Kaspersky-Sache los. Was habe ich da geschrieben? Wenigstens den Russen sollte man beim Virenscanner ja trauen können. Oder haha. Welcome to the NSA. Und der Titel war von Gizmodo. In what is a move Kaspersky agrees to turn over source code. Na da ist ja so, diese Frage steht ja im Raum, ob die Russen die Amerikaner ausspionieren. Oder wie diese ganze Geschichte mit dem Laptop war, wo die Amerikaner sagen, dass die Russen sich da einiges unter den Nagel gerissen haben. Aber die Russen sagen, ja das war aber dieser NSA-Mitarbeiter, der auf seinem Laptop Kaspersky hatte und da eben komisches Zeug drauf hatte. Und die Software, die schickt ja zur Analyse das Gelumpe, mit der sie nichts anfangen kann, nach Hause. Also zu dem guten Russen. Den bösen Russen gibt es ja nicht mehr. Zum guten Russen. Ihr werdet nie erfahren, was die Wahrheit ist. Ich finde, jede Variante ist denkbar. Das Leben schreibt die seltsamsten Geschichten. 14. Juli, ich mache mal einen kleinen Sprung. Filmtipp, warum mich Wonder Woman so positiv gegenüber dem anderen Superhelden-Quark beeindruckt hat. Das ist meine Film-Review von Wonder Woman. Ich bin ja ein bisschen skeptisch gegenüber den Superhelden-Filmen. Ich kann die ganze Pampe nicht mehr sehen. Vielleicht um die Welt kurz einzunorden, also mein Marvel Cinematic Universe. Iron Man, der erste Film, super. Der dritte auch wieder. Aber eigentlich der erste, der war so richtig gut. Weil da siehst du richtig, wie so ein Typ, der vorher natürlich schon reich war, aber sich das erarbeitet hat, in diese Rolle reingeschlüpft ist. Das ist wie Batman Begins. Der einzige Batman-Film, den man gucken kann. Ja, ich sehe schon wieder die Hate-Mails einschlagen. Aber die haben beide für mich damals etwas transportiert, was mich so ein bisschen umgehauen hat. Und dann ging es los eben mit den anderen Filmen. Und da waren so ein paar... Also Spider-Man kannst du eh nicht gucken. Also sorry, wer Spider-Man guckt... Ja, okay, da sage ich jetzt doch lieber nichts weiter dazu, weil ich habe Angst um meine Gesundheit. The Avengers, der erste Film, der hat sich sowas von nicht ernst genommen. Es war toll. Da gab es so die eine Szene, wo die auf der Brücke Videos spielen. Und er sagt ja, also... Das ist Iron Man selber, sagt ja. Du machst hinter dem Monitor eh nichts anderes als Computer spielen, oder? Und dann irgendwie gibt es einen Kameraschwenk und du siehst, dass er wirklich Computer spielt. Es ist göttlich. Aber jetzt scheinen sie so langsam die Taktik zu fahren. Immer mehr Superhelden in immer mehr Filmen. Das ist so der feuchte Traum dieser ganzen... Begeisterten, nenne ich es mal, in den Foren. Da muss dieser Superheld noch rein. Das ist wie Alien vs. Predator. Obwohl der Film jetzt gar nicht mal so schlecht ist. Aber das sind so die feuchten Träume von diesen ganzen Forenquasslern. Und da kennt ihr noch dieser Spider-Man. Dieser Spider-Man, der passt da gut rein. Und dieser Black Panther, der passt da auch super noch rein. Am Ende habt ihr einen Film, der zweieinhalb Stunden geht, mit 200 Superhelden und keiner wirklich Screentime hat. Oder alle immer in Slowmotion durch die Luft fliegen müssen. Früher hatten die Filme irgendwie eine Handlung. Und sorry, Charakterentwicklung bedeutet nicht, dass sie sich zwei Stunden lang in der Mitte des Filmes über ihre Familienprobleme unterhalten. Wenn ich das gucken will, dann gucke ich Hancock. Der ist lustig, der ist witzig. Er ist superheld als Alkoholiker. Auf der Parkbank. Großartig. Alles andere. In letzter Zeit immer, immer mehr Scheiße. Die einzige Ausnahme, und die war wirklich unglaublich überraschend, war Guardians of the Galaxy 1 und 2. Und das hört ihr mich selten sagen. Es gibt zwei Teile und beide sind gut, wenn ich auch im zweiten Teil noch nie verstanden habe, um was es da wirklich gehen wird, gegangen ist. Aber das habt ihr ja im Video letzte Woche schon gesehen. Also, Wonder Woman war überraschend okay. Jetzt nicht super, aber überraschend okay. Und er hatte so ein paar nett, witzige Momente. Ja, am 17. Juli bei Aufheise konnte man lesen, dass der Verfassungsschutz den NSU-Bericht für 120 Jahre weggeschlossen hat. Ich, NSU-Bericht soll für 120 Jahre weggeschlossen werden. Note to myself. 2137. Antrag auf Einsicht stellen. Merkt es euch, schreibt es euch in den Kalender, weil das könnte wichtig werden. Apropos, wurden nicht die Kennedy-Akten freigegeben? Kam da was raus? So Tatort-Daless-mäßig. Super Film übrigens. Ich komme vom Thema auch. Ivi Icarus. Hat überhaupt nichts mit dem ganzen Kennedy-Zeug zu tun. Schaut ihn euch mal an. Ist ein alter Film. Werdet ihr vielleicht auch schwierig finden. Fand ich, als ich ihn gesehen habe, sehr beeindruckend. 18. Juli. One more thing. Apple bestätigt neue Emojis. Mein Kommentar war, endlich mehr Emojis. Wie konnten wir bisher überhaupt leben? 18. Juli. Tolles Bild. Da sieht man einen Sicherheitsroboter, wie er wohl so eine Treppe runtergestürzt ist und in einem Wasser gelandet ist. Security-Robot begeht Selbstmord. Klagt wahrscheinlich über Diodenschmerzen. 21. Juli. Reisewarnung für Bayern vom Lawblog.de. Bayern führt quasi unbegrenzte Haft für Gefährder ein. Haben wir bald türkische Verhältnisse? Die Sache mit den Gefährdern und den potenziellen Gefährdern, das ist so ein Ding, da macht mir die deutsche Sprache und die deutsche Rechtsprechung Angst. Wer ist ein Gefährder? Wer ist ein potenzieller Gefährder? Also ein potenzieller Gefährder bin ich eigentlich jeden Tag. Potenziell? Und das ist eine Sache, die mir sehr, sehr übel aufstößt. Diese Selbstverständlichkeit, mit der man mit solchen Begriffen umgeht. 21. Juli. Ich sage, was ist nur als Iron Man Sekretärin geworden? Hintergrund ist, ach, den hätte ich jetzt nicht raussuchen müssen. Gwyneth Paltrow, naja, die hat so ein bisschen eine Neigung, man sagt da, manche Leute würden sagen, Schlangenöl zu verkaufen. Also der hat so einen Shop, mit dem sie Gedöns verkauft, das manche Leute für extrem fraglich halten. Führt mich wieder zu Iron Man und da gibt es diese wunderbare Szene zwischen ihr und Robert Downey Jr., wo er, sie fragt, warum sie, sie will früher nach Hause gehen, glaube ich, sagt sie. Und er sagt, warum? Und sie, weil ich Geburtstag habe. Und ihr, oh, blöd, schenken Sie sich was Schönes von mir. Und sie, hab ich schon. Und er, und hat es ihnen gefallen? Und sie, ja, ich liebe diesen Dialog. Der ist fast so gut wie der, wo er die Pressekonferenz halten soll und sich nachher da einfach so sagt, hockt euch mal hin, ich esse jetzt mal einen Burger, weil der Burger hat Vorrang. Klasse. Am 22. Juli, im Spiegel, Absprache zu Technikkostenzulieferern, das geheime Kartell. Und da geht es halt um die deutsche Autoindustrie und um die Großen. Und ich schreibe da nur Vorschlag. Könnten wir den Dieselskandal nicht in die Dieselverschwörung umbenennen? Am 23. Juli, hmm, Westworld Season 2 Trailer. Ich mag ja Vergnügungsparks. 24. Juli, ach, das war die Sache mit dem Hacker, der, ähm, angeblicher Hacker, der ins Gefängnis musste, weil er eigentlich einen ganz offensichtigen Fehler in einem Ticketsystem öffentlich gemacht hat. Und wie reagieren dann solche Unternehmen? Statt, wow, super, danke, wir korrigieren den Fehler eher. Nee, du gehst in den Knast und hältst die Fresse. Wird nie rauskommen. Logisch. 26. Juli, never say never again. Ähm, Moviepilot. Gut, Daniel Craig ist angeblich auch im nächsten James Bond dabei. Und ich? Also damit konnte wirklich niemand rechnen. Craig macht noch einen James Bond. Wie wäre es mit Never Say Never Again? Falls ihr euch erinnern könnt, Never Say Never Again heißt so, also sagt niemals nie, heißt so, weil Sean Connery damals lauthals getönt hat, nie wieder James Bond. Technisch streiten sich jetzt die Leute, ob das stimmt, weil das ist ja dieser James Bond, der nicht von, äh, was ist das, United Artists, wie auch immer. Also der wurde nicht, der ist nicht Teil dieses offiziellen James Bond-Reihe, weil er nicht lizenziert ist. Er hat auch als einziger nicht diesen, diesen Barrel Run, wie heißt das? Also, am Anfang seht ihr den Blick durch den Lauf, diese Barrel und dann guckt er und schießt und, bl 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 bl, also ich kann die James Bond-Musik jetzt nicht nachmachen, das wollen wir uns allen ersparen. Hat er nicht, er hat einen anderen, genau deswegen, weil sie die Rechte dafür nicht hatten. Auch in James Bond Sammlungen fehlt der gerne, sagt niemals nie. Ich weiß, das war jetzt wieder sinnloses Hintergrundwissen, aber wenn das Video veröffentlicht wird, dürftet ihr eh wahrscheinlich mit vollem Bauch irgendwo auf der Couch liegen und euch von Weihnachten erholen. Ist denn dann schon Weihnachten? Ja, dann ist schon Weihnachten. Also, das schafft ihr schon irgendwie. 26. Juli. Ein Saugroboter spioniert euch aus. Datensauger wörtlich genommen. Da ging es darum, dass der Roomba auch persönliche Daten in die Cloud schickt. Das wurde nachher ein bisschen relativiert alles, aber ich finde es einfach schön, wenn ein Saugroboter euch die Daten absaugt. What could possibly go wrong? Ich habe ja immer noch diese Vision von dem, wenn ihr euer Smart Home endlich mal zu Ende gemacht habt, dass es ganz neue Erpressungen gibt. Dass euch dann entweder die Cloud einsperrt oder euch das Licht nicht mehr ausmacht oder euch das Geschirr nicht mehr gibt, das ihr gerade gewaschen habt. Oder so in der Art, schöne Wäsche hast du in der Waschmaschine, die willst du doch nicht bei 100 Grad waschen, oder? Zahlen sie jetzt 10 Bitcoin. Na, bis dahin vielleicht bloß noch ein Mikro-Bitcoin. Am 29. Juli schreibe ich eine Trendwende, auch für den Arbeitsmarkt, denn da sagt die Meldung, die Autoindustrie beschäftigt erstmals mehr Anwälte als Mechaniker. Das Interessante ist, es kam keine Reaktion auf den Tweet, weil das war ein Tweet des Postilio. Aber er passt irgendwie ziemlich gut momentan in die Zeit. Wie auch immer wir in einer Zeit leben, in der die Grenze zwischen Tagesschau und Postilio langsam am Verschwimmen ist. Danke Trump. Das reimt sich jetzt nicht. Danke Donald. Reimt sich auch nicht. Wie konnte man mit sowas nur Politiker werden? 1. August. Uh, griechische Statistiker für Ehrlichkeit bestraft. Das müsst ihr euch nochmal genau durchlesen, falls ihr das nicht verfolgt habt. Ich sage dazu, Steuerehrlichkeit lohnt sich. Außer für Griechen. Da hilft nur eins. Uh so. Wenn ein Statistiker dafür vor Gericht muss, dass er die Wahrheit sagt, bei einem Land, bei dem nicht alle wollen, dass die wirtschaftliche Lage öffentlich wird, dann könnte man ein bisschen daran zweifeln, was es mit dem viel gelobten Rechtsstaat und der EU und so weiter auf sich hat. Ich habe natürlich keine Ahnung. Am 2. August. Autogipfel in Berlin. Der Diesel ist sicher. Äh, Spiegel Online. Und ich sage nur, ob dem Schlagzeilentexter die Analogie zu, die Rente ist sicher, bewusst war. Wir werden es nie erfahren. Wie gesagt, der Diesel ist sicher. Das war der 2. August. Vielleicht werden wir irgendwann wieder dran denken. Am 3. August meldet der MDR, dass durch ein kleines Problem eines Pharmaherstellers Grippeviren in die Elbe ungeklärt abgelassen wurden. Natürlich konnte ich mir es nicht verkneifen. What could possibly go wrong? 4. August. Der Film Ein Blind Date mit dem Leben. Den fand ich eigentlich positiver als gedacht. Da geht es um einen Blinden, der irgendwie in einem Hotel dann unbedingt arbeiten möchte. Ist dokumentar, naja, beruht auf wahren Tatsachen. Ich habe gedacht, der ist völlig gackig. Boah, aber nicht. Könnte man angucken. 5. August. Ja, da ist mein Plasma-Bildschirm zum ersten Mal verreckt. Da könnt ihr gucken, wie das Ding von innen aussieht, wenn es zerlegt ist. Interessiert euch nicht weiter. Am 6. August. Die elektronische Gesundheitskarte sollte Milliarden einsparen und Menschenleben retten. Davon ist nichts passiert. Und was sage ich? Die Krankenkassenkarte ein Flop. Damit konnte wirklich niemand rechnen. Ihr wisst, dieses damit konnte wirklich niemand rechnen. Das habe ich, glaube ich, bei Fefe geklaut. Ist aber so. Es hat nie jemand eingeleuchtet, was diese elektronische Krankenkasse bringen sollte. Sie sollte alles einfacher machen. Er muss ihn quasi nur reinstecken und dann schon direkt von der Krankenkasse zum Arzt geht das Geld. Nee. Falls ich noch jemand erinnern kann, in der Anlaufphase mussten viele, viele Beträge investiert werden. Wenn EDV aktualisiert wird, damit diese depperten Lesegeräte, damit das ging, dann wurde ein Bild drauf gemacht. Aber der Arzt ist nicht verpflichtet, das zu überprüfen. Das heißt, der Missbrauch hat nicht aufgehört. Wenn der Arzt verpflichtet wäre, das Bild oder alternativ den Perso zu überprüfen, was er zwar nicht darf, weiß ich, dann hätte man schon mal vermieden, dass irgendwelche, ich sag mal, Bösdrückerkolonnen von der Baustelle auf irgendwelche geklauten Krankenkassenkarten sich auf unsere Kosten bereichern oder gesund machen würden. Wobei, versteht mich jetzt nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir unserer Gesundheitsvorsorge Leuten, die krank sind, vorenthalten sollen. Das ist nicht der Punkt. Sondern, dass zum Beispiel, jetzt ist ja nur ein Beispiel, dass irgendwelche, also ich sag jetzt mal Bautrupps, die irgendwoher eingeflogen werden, für wenig Geld bei uns arbeiten sollen, damit insgesamt das ganze Niveau gedrückt wird. Also wenig Geld für das Bauen ausgegeben wird. Gleichzeitig drückt das natürlich insgesamt langfristig unser Lohnniveau. Und dass nachher auch noch die Gesundheitsvorsorge nicht mit angerechnet wird, weil wir das im Prinzip dann von unseren Beiträgen bezahlen. Genau diese Scheiße muss aufhören. Aber es juckt keine Sau. Und warum juckt es keine Sau? Weil es eigentlich keiner direkt zahlt. Sondern weil das halt einfach auf die Allgemeinheit umgelegt wird. Das ist so bescheuert, wie dass es wohl bei uns möglich ist, sich als, nennen wir es mal, Bedürftiger, zwei- oder dreimal anzumelden oder zwei- und dreimal abzukassieren. Wie ist das möglich? Wenn ich zu meiner Sparkasse gehe, oder Volksbank, oder Raiffeisenbank, oder Scheißdrecksbank, und will dasselbe Geld dreimal abheben, dann lachen mich die aus. Weil die sagen, diese Transaktion ist schon durchgeführt, ihr Konto ist leer. Da ist nichts mehr zu holen. Das kriegen wir hin. In dem Moment, wenn es um das Geld einer Institution geht, dann geht das plötzlich. Wenn es um das Geld der Allgemeinheit geht, ist das scheißegal. Ich habe mich nur ein bisschen aufgeregt. Ah, 8. August. North Korea now making missile-ready nuclear weapons. Und ich sage, mancher hat schon mit weniger Weapons of Mass Destruction einen Krieg am Hals gehabt. Das war am 8. August. 13. August. Das ist ganz interessant. Researchers encode malware in DNA. Compromised DNA sequencing. Und ich habe damals geschrieben, Viren, die von Menschen auf den Computer wandern, habt ihr auch gelacht. Ab jetzt Realität. Die Meldung war jetzt nicht unbedingt Fake News, aber die hätte ich näher recherchieren müssen. Sondern da ging es darum, dass gewisse DNA-Sequencer ein Problem haben. Und das ist ein sehr konstruierter Fall, dass man dann durch eine bestimmte DNA-Sequenz eben da den Softwarefehler ausnutzen kann. Also, die Menschen-Viren springen nicht auf den Computer über. So schlimm ist es noch nicht. 14. August. Abgasuntersuchungen am Endrohr werden wieder eingeführt. Und ich sage, das ging schnell. Vor Tagen habe ich noch im Video gesagt, dass bei der AU irgendwann richtig gemessen werden wird. Das ist tatsächlich so gekommen. Jetzt verlässt man sich nicht mehr auf das OBD. Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Also den Schnüffel, den man da in euer Auto da reinstopft und der eben diese beiden Lambda-Sonden vor und hinterm Cut kontrolliert. Und die sagen dann, geh es Barscho. Darauf verlässt man sich jetzt nicht mehr. Es wird jetzt am Endrohr gemessen. Das klingt auch ein bisschen verrucht. Jetzt wird hier am Endrohr. Heute wird am Endrohr gemessen. War wahrscheinlich unvermeidlich. Böse Zungen würden jetzt auch hier behaupten, dass eigentlich diese zwei Lambda-Sonden reichen müssten. Aber man kann wieder neue Geräte verkaufen und aus einem... Den Zusammenhang verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Die AU oder wie sie jetzt dann auch immer heißen wird. Also der Termin, den ihr da regelmäßig habt, wird nicht billiger. Ich gebe euch das mal als Tipp. 16. August. Kuriose Strafe. Gericht verurteilt jungen Mann zu 20 Stunden lesen. Was sage ich da? Gericht verordnet lesen. Demnächst wohl Erbsenzähler für Steuersünde. Och, okay. 20. August. Telekom. Kundenservice wird schlechter statt besser. Und was sage ich da? Die Telekom realisiert gerade, dass Personalabbau nicht zur Kundenzufriedenheit beiträgt. Nein. Doch. Amerikanischer Zerstörer kollidiert mit Tanker am 21. August. Und ich sage nur, das hatten wir schon mal in einem anderen Video. Ich kapiere das nicht, wie kann ein Kriegsschiff Radar und so mit einem Tanker kollidieren. Keine Ahnung. Am 21. August sage ich, liebe Bundeswehr, Kompliment. Eure Werbekampagnen werden immer fragwürdiger. Um was geht es da? Moment, ich muss gerade das Bild herholen. Da geht es um einen, ja ich denke, einen Arzt, der gerade einen Kranken versorgt. Die deutsche Bundeswehr. Und hier steht dann als, ja, in der Mitte, als Motto, hier hast du Zeit für Patienten und für deine Karriere. Ich schreibe dann dazu, eure Werbekampagnen werden immer fragwürdiger, hier hast du Zeit zum Schießen. Ich finde es schon sehr menschenverachtend, sozusagen dem Arzt, ja, im Subtext dann zu sagen, ja, in der freien Wirtschaft nicht, aber hier hast du Zeit für Patienten, hier, wo wir Tote erzeugen, um uns schießen und Löcher in Menschen machen. Also die Werbekampagnen der Bundeswehr, die zahlen wir von unseren Steuern. Ist euch schon klar, oder? Am 31. August kam es, wie es kommen musste. Früher, also mein Kommentar, Windows Updates, heute Anti-Hacker-Update für Herzschrittmacher. Selbstverständlich ist auch hier wieder die Fiktion voraus der Realität, denn wer House of Cards gesehen hat, hat den ersten Mord in der Fernsehgeschichte über eine, ja, eine Sicherheitsluke eines Herzschrittmachers gesehen und der amerikanische, wer war das, Cheney? Der amerikanische, was ist das, Außenminister, Verteidigungsminister, hat danach sein Headshot-Macher diese Fernwartungsfunktion abschalten lassen. Ja, am 2. September berichtete das NS-Archive.gwu.edu, ich weiß gar nicht, was das für eine Unter-Subdomain ist, Clean Nukes and the Ecology of Nuclear War. Ich sag dazu, unsere Freunde, die Freunde da drüben, haben sich mal mit Clean Nukes beschäftigt, also sauberen Atomwaffen. Leider zerstören die nicht ganz so doll. Solltet ihr vielleicht mal durchlesen, ist ein bisschen unerwartet, ne, was mit was sich die Kerlchen da alles so beschäftigt haben. Ja, am 3. September stellt die CDC, also das Center for Disease Control, also die amerikanische Gesundheitsbehörde, fest, Healing Bracelet poisons baby with high levels of was weiß ich was. Also, da ging es darum, homöopathisches Magnetarmband gegen Zahnkriegeschmerzen vergiftet baby mit Blei. Ja, das ist eigentlich nicht lustig, aber irgendwie doch wieder interessant, dass homöopathisches Zeugs dann doch wieder ganz reale Wirkungen hat. Jetzt habe ich was Böses über die Homöopathie gesagt. Dann machen wir übrigens mal, ich mache jetzt mal mitten mal kurz zur Pause, weil wir sind jetzt mitten im September und es geht noch Breckerl. Ich werde in dem Kanal nochmal zwei Videos nochmal machen, und zwar mein Homöopathie-Video, weil das fand ich, das braucht noch ein, zwei Ergänzungen. Die Leute, die langfristig dem Kanal gefolgt haben, werden es wieder kennen. Und ich will mir den Spaß machen, das ist ein soziales Experiment. Also alle, die jetzt hier noch so weit zugucken, die sind eh ja schon im inneren Kreis. Ich möchte dieses Elektroauto-Video nochmal machen. Das ist das Video, das mit Abstand auf meinem Kanal am häufigsten lief, am meisten gedisliked wurde, mir am meisten Beschimpfungen eingebracht hat. Und ich möchte das mal in der anderen Richtung spinnen, mit denselben Argumenten oder möglichst denselben Argumenten und gucken, was passiert. Als soziales Experiment. You heard it here first. Und das passt schon gleich, weil am 5. September habe ich das Video veröffentlicht, Elektroautos und die programmierte Pleite. Ab dann ging es mit dem Kanal nach oben. Das ist jetzt kein Witz, weil in der Zeit von diesem 5. September bis heute, da macht natürlich die Fuming-Time und die Klickrate, die gehen relativ synchron, die macht natürlich so einen Peak nach oben, geht dann wieder nach unten. Wir sind jetzt also hier in diesem Bereich und jetzt hier mit dem Abflauen, denn jetzt sind wir am Tal und wieder steigt wieder an. Das Verhältnis von dem Moment, bevor ich das Video veröffentlicht habe und zu dem, wo es sich eingesprungen hat, ist Faktor 3. Das war also 3 bis 4 Monate, wo sich sowohl die Viewing-Time als auch die Klickrate verdreifacht hat. Das ist heftig. Das ist mehr oder weniger wegen diesem einen Video. Dieses ist 114.000 Mal geguckt worden, hat 1000 Likes und 1000 Dislikes an sehr viele Kommentare und sehr viele Leute, die sehr böse auf mich waren. Deswegen gab es dann auch nochmal ein Erklärvideo. Hat nicht so viel Fuse gekriegt. Am 11. September ist mir dann irgendwann der Kragen geplatzt und ich habe geschrieben, auf gefühlt allen Kanälen diskutieren wir über das neue iPhone und dass keiner weiß, was drin sein wird. I can't stand it anymore. Ich hasse es. Ich hasse es, wenn irgendwelche Keynotes von irgendwelchen Samsungs, Apples oder was auch immer dieser Welt anstehen und dann kommen diese Podcasts und Videos über Leute, die nicht wissen, was da passieren wird. Vermutungen äußern, oft richtig liegen. Aber wozu? Wenn sie eh richtig liegen, warum gehen die dann überhaupt noch hin? Das ist wie nach irgendwelchen Katastrophen der Brennpunkt. ARD-Brennpunkt. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Früher war das so. Es ist, was weiß ich, ein Ostereiten geflogen in der Tagesschau und dann kamen wir schalten live zum Brennpunkt. Hier ist irgendwie Dagobert Hase. Live vom Ort des Geschehens berichtet. Was haben sie gesehen? Und er sagt, ich habe nichts gesehen. Aber da drüben ist irgendwas passiert. Ah, was könnte denn passiert sein? Ich habe ja einen Vertreter von. Da muss irgendjemand, der ein bisschen was mit der Sache zu tun hat, also in dem Fall vielleicht ein Vertreter der Geflügelwirtschaft, wenn ein Ei umgeflogen ist, müsst ihr da was sagen, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist, ein Vertreter von Cockpit oder der Luftlinie. Obwohl, die kommen dann meistens nicht. Also irgendein Sachverständiger. Und die haben dann die Aufgabe, das wäre ein Job für mich, das könnte ich auch dann so sagen, dass sie es für unseriös halten, zu diesem Zeitpunkt irgendetwas auszusagen über die Sache. Und dann werden sie zu Mutmaßungen angestiftet und sagen, wenn sie gut sind, nichts. Wenn sie schlecht sind, dann fangen sie an, komische Theorien in die Welt zu bringen. Und dann muss man leider irgendwie umschalten zu den Angehörigen oder Leuten, die irgendwie betroffen sind. Und das ist der Moment, spätestens dann solltet ihr ausschalten, weil ich finde, das Fernsehen kippt langsam in die Richtung um, wo so, ja wie soll man sagen, dieses Sandwich aus reiner Information in Nachrichtensendungen, ist reine Information, ja, Gafferei und Erklärung der Hintergründe, das funktioniert so nicht mehr, weil es wird immer mehr Gafferei. Und es tut mir leid, sie haben mich verloren vor vielen, vielen Jahren, als sie nach einem Flugunglück die heulenden, ich treibe es jetzt ein bisschen, Angehörigen auf dem Flughafen gezeigt haben. Und immer sagen, Leute, das war Tagesschau oder eine dieser Nachrichtensendungen, weiß ich nicht mehr welcher Kanal. Leute, ihr habt mich damit verloren, das tut man nicht. Das hat weder Informationsgehalt, noch bringt es den Angehörigen etwas. Das ist pure Gafferei. Das ist nicht anders, wie auf der Autobahn anhalten, um einen Unfall zu filmen. Zerfix. Das hat mich nicht zu aufregen. 12. September, vor der Wahl ausgegraben, Mautsysteme und Abrechnungen, aber den privaten Autobahnbau hinterfragt wohl keiner. Da gab es mit der Maut wieder ein paar Probleme. Die Maut war schon immer tolle Geschichte. Ja, 15. September, es gibt eine Bluetooth-Lücke, die nicht auf allen Geräten bisher gefixt ist. Also am besten Bluetooth immer auslassen. Ja, 18. September, die Wahl ist unsicher. Es gab sehr viele Probleme. Da gibt es auch sehr viele Beiträge vom CCC, wie dieses ganze Wahlsystem angreifbar ist. Und zwar nicht bei der Stimmabgabe, sondern dann, wenn sich diese Stimmen, wenn die synchronisiert werden, ist ein Riesendesaster. Aber man sieht ja auch, was bei der Wahl rausgekommen ist. Dann 18. September, Avast, Avast, wie spricht man denn auf Englisch aus? Unknowingly bundled malware with CC Cleaner und so weiter. Also da wurde der CC Cleaner, den viele benutzt haben, der wurde halt mit Malware infiziert und ihr habt euch den von der normalen Website herunterladen können. Und der war verseucht. Das ist schön. Am 19. September hat der CC, weil sie die Schnauze voll hatten, die Wahlsoftware selbst gepatcht. 20. September, ein Lichtblick für uns alle. Schluss mit Lärm und Überraschung. Chrome unterbindet Autoplay. Endlich. Ab 2018 kann ich ein spontanes Gequäke mehr im Browser, sage ich. Es ist, also Leute, wenn ihr irgendwie beteiligt dran seid, an der Erstellung einer Website, Realisation oder in Auftraggeberei. Es gibt eine Sache, die ihr nie machen dürft und die zweite erzähle ich euch auch gleich. Es darf nie ein Autoplay-Video mit Audio-Ausgabe starten. Nie. Entweder man erschreckt daheim zu Tode, man wird genervt oder für die Leute, die im Büro surfen oder natürlich, das ist die einzige Seite, die ihr mal angeklärt habt und fängt das Ding zu quäken an. Das ist No, 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 no. Das andere, auch wenn eure Business Cash bei euch was anderes erzählen. Wenn ich eine Nachrichtenseite runterscrolle und lasse den Tappen eine Weile offen und dann kommt bei einer Weile offenbar, wollen Sie die neuen Nachrichten, die haben sich nämlich aktualisiert, jetzt sehen. Dieses blöde Fenster, das ich wegklicken muss. Nein, das will ich nicht. Weg. Und ich will auch keine Benachrichtigungen freischalten. Nein, will ich nicht. Keine Fenster einblenden, wenn jemand, wenn man merkt, dass jemand eine Seite eine Weile stehen hat lassen oder langsam runterscrollt. Und dieses, wie heißt diese Exit-Frage, wenn ihr merkt, dass die Maus sich nach oben bewegt und plötzlich kommt dieses Exit, also diese Meldung, die euch sagen will, wir haben gemerkt, dass ihr die Seite verlassen wollt. Geht gar nicht. Ich hoffe, dass jemand mal eine abschreibt, die diesen ganzen Scheiß unterbindet oder dass Google das blockt. Das ist so ein Scheiße. Ihr macht das Internet kaputt mit diesem Mist. 21. September. Einige Provider haben euch in einen regulären Download, der auch richtig war, von der richtigen Seite, ein bisschen Software mit dazu gepackt, mitten im Download. Man in the Middle nennt man das, wenn man böse wäre. Ja, am 22. September, das müsst ihr euch selber angucken, da ist dem VW-Chef Müller in einem Interview die Wahrheit herausgerutscht. Das Video ist schön, sollte man angucken. Ja, 24. September, Lightroom 7 wird angekündigt. Adobe hat mich mit Lightroom verloren, denn im Prinzip kann man Lightroom jetzt nicht mehr nur kaufen, sondern muss es abonnieren und das ist eine Sache, da mache ich einfach nicht mehr mit. 26. September, Langsam dämmert uns, dass die Autohersteller mit ihrem ganzen Mobile Connectivity die Daten, ja, dass sie die mit einem Hintergedanken sammeln. Es ist ja nicht so, dass es nur der feuchte Traum der Automobilhersteller ist, zu allen möglichen Gelegenheiten Daten zu sammeln. Die erzählen euch dann, dass sie Sachen machen wollen wie, boah, da habe ich ein Verkehrsschild detektiert, das könnte aber bei dem da hinten schon umgeflogen sein, deswegen speichere ich das in der Cloud, weil mit der Cloud wird alles besser, na na, da sinnvoller noch, oh, mein ESP-Sensor hat da eine Glatteisstelle erkannt aufgrund der Reifen durchdrehen und so weiter, da speichere ich ab und gebe es dann alle weiter. Das ist ja so weit, das kann man ein bisschen nachvollziehen, dann kommt aber gleich im Nachsatz, ja, da wird es ganz neue Möglichkeiten der Industrie geben, also ganz neue Chancen für Industrien, die dann diese Daten aufarbeiten können. Subtext, wir wollen euch mehr Geld abzocken, weil nämlich wahrscheinlich dieser Drecks-Autopilot nicht mehr ohne diese Mobile Connectivity funktionieren wird. Ganz tolle Idee und wenn man jetzt nochmal diesen ganzen, diese ganze Logik zurückdreht, okay, das mit dem Glatteis, hm, das haben früher die Radiosender gemacht und ich behaupte mal, wenn sich das durchsetzt, irgendwie, wenn man nur diese Daten, diese zum Beispiel, äh, hier ist es langsam, hier habe ich eine Boden, was weiß ich, eine glatte Bodenstruktur festgestellt, das könnte man als Datensatz in nur einer Richtung, bevor jetzt wieder die Hacker kommen, nur in einer Richtung, zum Beispiel ans Handy übertragen und die dann an Google, weil Google sammelt ja jeden Scheiß und im Prinzip ist die Verkehrsbratung mit Google super, weil die haben die Bewegungsdaten, die haben sie eh schon, da habe ich eh schon aufgegeben, Google hat alles von mir, also fast alles, also viel. 27. September Saudi Arabia agrees to let women drive. Ich wusste nicht, dass das vorher nicht erlaubt war, es ist unglaublich, was auf dieser Welt noch gibt. Das ist, das ist, ja, am 28. September A20 in Mecklenburg vor Pommern, Autobahn versinkt im Moor. Was sage ich da? Flughäfen kriegen wir zwar nicht hin, aber Autobahnen können wir doch bauen, oder? Ups. Ja, 30. September, da weiß ich gar nicht, was da rauskam. More US Diplomats called out of Cuba after attacks with mystery weapon. Seltsamer Angriff auf amerikanische Diplomaten in Kuba, Schallwaffen oder defektes Abhörgerät. Also es gab komische gesundheitliche Probleme. Ist bis heute eigentlich nicht wirklich geklärt, was da passiert ist, gell? Endlich am 6. Oktober, jibbi, jetzt können dich Werbungstreibende auch bei WhatsApp erreichen. Thank you. 6. Oktober, falls ihr mal mein Video über, wie war das, die Abhörerei, muss ich mal gucken, wie das heißt. Irgendwas über Abhören. Jedenfalls, falls ihr das geguckt habt, da ist im Prinzip dieses Szenario, was am 6. Oktober, was stattgefunden hat, wurde beschrieben, denn dutzende Menschen in Ägypten wurden in den vergangenen Tagen festgenommen, weil ihnen Homosexualität oder Sympathie für die und so weiter Bewegung nachgesagt wurde. Und jetzt sind wir an dem Punkt, warum Daten sammeln eine beschissene Idee ist, weil wenn ihr heute Daten sammelt, die vielleicht völlig harmlos sind, dass ihr eben grün, gelbe, blaue Gartenzwerge sammelt, dann kann es sein, dass in 10, 20 Jahren eine Regierung, unter der das völlig illegal ist, diese Daten, unter der das dann völlig illegal ist, diese Daten dann auswertet. Und genau so passiert es hier in Ägypten oder ist es passiert. Deswegen, Daten so wenig wie möglich speichern, eigentlich gar nicht, weil was heute legal ist, also quasi, was heute noch mir ein Märchen klingt, ist morgen längst Realität. Das war jetzt was anderes. Also was heute noch legale Daten sind, können euch morgen ins Gefängnis bringen. Not funny. Am 7. Oktober hatte ich mein 2000er Abo Special. 7. Oktober. Jetzt haben wir den 16. Dezember und ich habe 2800 Abonnenten. Ich bin echt zufrieden. 7. Oktober. Eine Trauerminute. Tschüss. AOL Instant Messenger. AIM macht nach 20 Jahren dicht. Ich habe ihn nie benutzt. Las Vegas. Ach, das war dieses Attentat. Ermittler lösen. Rätsel um Notizen des Attentäters. Das könnt ihr euch angucken, wenn ihr wissen wollt, was eigentlich auf diesem mysteriösen Zettel war. Das ist alles immer so ein bisschen untergegangen nachher. Naja. 13. Oktober. Cybersecurity Software stiehlt Geheimnisse. Die nächste. Wie ein Scanner sind die neuen Traianer. 14. Oktober. Das hatten wir im letzten Video schon. Boomendes Geschäft. Traianer und Co. verkaufen sich gut wie nie Wachstumsmarkt. Marktwert von dem Darknet verkauften Erpressungs-Traianern. Ja. 16. Oktober. Wieder so ein Tag, wo... Ach, es ist traurig. Der 34C3 wird ohne die Fnod News Show, also ohne Fefe, antreten. Schade. 16. Oktober. Wer war nicht dabei? Bluetooth ist kaputt. WPA2 hat ein Problem und das Problem muss auf der kleinen Seite gefixt werden. Und das ist bei einigen Android-Geräten schwierig. Es gibt eine Sicherheitslücke, mit der lauft ihr rum. Also, ihr habt euch gemerkt, Bluetooth ausschalten und WLAN ausschalten. 17. Oktober. Infineon hat ein kleines Problem mit Smartcards und Millionen von Crypto-Keys, also Karten mit einem Chip drauf. Die haben unsichere Schlüssel generiert und die müssen alle zurück, weil Infineon eine zertifizierte Library genommen hat, die einen Fehler hatte. Sie wollten nicht eine offene Library verwenden, weil die logischerweise ist ja nicht zertifiziert. Äh... Ja, komische Logik. Am 26. Oktober. Ja, da hat jemand nicht verstanden, dass er eine Zufallszahl selber generieren muss und nicht hart in den Code reinschreiben soll. Es ist so schwer, gutes Personal zu kriegen. Ja, 27. Oktober. Chef der Deutschen Börse tritt zurück. Selbstbedienung an der Börse. Fragezeichen. Kopfschüttel. Echt so überraschend, dass auch in den Kreisen seltsame Dinge gemacht werden. Am 27. Oktober, da, äh... Ja, nerv ich ein bisschen, weil ich stelle die Verlage, wann mal wieder die Statistiken kommen über die Anzahl der Toten der Zeitumstellung. Aber dann hat mich jemand korrigiert. Ja, im Winter, da sterben keine Leute an der Zeitumstellung. Bloß... Also, in der Umstellung von der Winter auf die Sommerzeit. Oh, von mir aus. Am 4. November haben die Australier ein Problem gefunden und zwar ihre Internetversorgung wird massiv bedroht durch, äh... Kakadus, die, äh... an ihren Kabeln rumnagen. Ich sage, australische Kakadus haben ein Fäbel für Dark Fiber entwickelt. Die Breitbandversorgung ist aber sicher. Wahrscheinlich wie die Rente und der Diesel. 5. November, ja, mutmaßliche Anschlagspläne. Terrorverdächtige bestellten Bomben. Ich sagte, zu Bombenbauer wurde von Amazon weiteres Material vorgeschlagen. Anführungszeichen, Arschlöcher, die dies kauften, sprengten auch mit Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so ein Vorschlagssystem, das ist doch fast besser als so ein blödes Internetrezept, gell? Könnt ihr mal immer zynisch wer dann, äh, behaupten, äh. 9. November, äh, ja, da muss ich, äh, Carbon Compound zitieren, der sagt, Verschwörungstheorie Nummer 8302, Das Waldsterben wird durch den immensen Klopapierverbrauch für all die Arschlöcher da draußen verursacht. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 9. November, ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird, weil Twitter hat die 140-Zeichengrenze endlich erweitert. Juhu. Am 9. November ging bei mir auf YouTube die Werbeapokalypse dann los oder die Dämonen- Monetarisierungs- Apokalypse, denn mein Video über Vorwiderstände, das wurde noch gar nicht veröffentlicht, das wurde als nicht geeignet für einige Werbetreibende eingeschätzt. Es geht in dem Video über Vorwiderstände, Kondensatoren und Schaltnetzteile. Ganz, ganz kritischer Stoff. Ja, 9. November, ähm, wir bekommen einen kleinen Vorgeschmack drauf, was das Smarter Home später bedeutet, weil Logitech schaltet die Server ab, für welche war das, für Logitech Link. Also die Leute, die das dann haben, die können halt nichts mehr machen. Am 10. November rudert dann der ganze Verein ein bisschen zurück und ich sage, Logitech, über Nacht sinnlos gewordene Harmony Links werden kostenlos ersetzt, das verlorene Vertrauen in Cloud-basierte Dienste bleibt. 11. November, Disney plant die vierte Star Wars Trilogie, Doppelpunkt, das Pferd zu Tode reiten, nennt man das wohl, handlungsarm und voller Merchandising. Möge die Macht euch nie verlassen. Ja, 17. November, Langenscheid, hat mal wieder das Unwort, äh, Jugendwort des Jahres gekürt, I-Bims. Ich konnte mir es nicht verkneifen zu sagen, dass I-Bims eigentlich ein Satz und kein Wort ist, aber wenn wir uns auf dem Niveau bewegen, wer will da noch der Grammar Nazi sein? Ja, am 21. November ist uns mal wieder die Intel Management Engine um die Ohren geflogen. Das ist eben der Teil, hatte ich im letzten Video auch schon. Also, da steckt quasi mitten im Netzwerkchip ein bisschen die Software, damit ihr direkt über das Netzwerk auf den Rechner zugreifen könnt und da könnt ihr nichts machen, außer den Scheiß einfach abschalten. Ja, 21. November, sind wir wieder bei dem Thema Radioaktivität, hatten wir auch im letzten Video schon, bis sei Radioaktivität in Russland aufgetaucht. Es gibt nichts zu sehen, alles gut, bitte weitergehen, denn Russland bestätigt hohe Radioaktivität im südlichen Oral. Sie wissen aber nicht, wo es herkommt. Logisch. 21. November, ich habe eine Stellenanzeige von Bosch zugespielt bekommen, in der es dann heißt, Qualitätsingenieurin im cross-funktionalen Purpose Team Fixing bei Home and Garden gesucht. Mal von dem Denglisch-Deutschen Gedöns. Abgesehen, was wollt ihr? 23. November, der Raketenmann, this man is launching himself in a homemade rocket to prove Earth is flat. Ich sage, will der flache Erdemann letztendlich nur spielen? Angeblich konvertierte er gerade erst zu Flat Earth, nachdem sein Kickstarter-Projekt gescheitert ist. Das ist ganz interessant. Der Kerl will nachweisen, dass die Erde flach ist. Wir wissen ja alle, dass die Erde flach ist. Rund wäre ja eine Verschwörung. Die Erde muss flach sein. Und er will so und so und so viele hundert Meter hochsteigen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt auch Türme, die so und so hoch sind. Müsste eigentlich reichen. Aber wenn man ein bisschen nachwühlt, dann kommt eigentlich raus, dass der Kerl wohl, behaupten einige, erst kürzlich zu der Flat Earth Society übergewechselt ist, nachdem sein Kickstarter-Projekt, das diese Rakete an sich fanden sollte, gescheitert ist. Also man könnte jetzt immer ganz bös, wer vielleicht vermuten, dass dem es scheißegal ist, ob die Erde flach oder rund ist, weil das flache muss in das Eckige, nein, das war was anderes, sondern dass der einfach seine Rakete finanziert bekommt, bekommen haben möchte. Er heißt sicher nicht Wernherr, denke ich mal. Ja, am 28. November, das ist jetzt wieder historisch interessant, sage ich, wow, Bitcoin steht gerade bei 8.400 Euro. Blase oder kaufen, kaufen, kaufen. Momentan steht Bitcoin bei 15.800 Euro. 29. November, ja, Militärflugzeuge telefonieren nach Hause. It flies and it snoops. Also die haben halt Flugzeuge gekauft und das hat halt auch Daten nach Hause geschickt. Sagt man übrigens auch den Drohnen nach. Irgendwann hat das schon mal gelesen, dass die Drohnen, die man so fremd einkauft, naja, ich drücke es mal andersrum an. Wenn ihr jetzt eine super, mega tolle Drohne bauen würdet, wo auch so ein bisschen bömblig ist und so tragen kann und ihr verkauft die jetzt an irgendjemand, wolltet ihr nicht sicher sein, dass wenn dieser irgendjemand einen schlechten Tag hat oder die Dinge an jemand verkauft, die euch nicht so mögen, dass ihr diesen Scheiß stoppen könnt oder wenigstens wisst, dass es im Anflug ist. Also das ist jetzt purely hypothetically speaking, wird die Anwälte immer so schön sagen. Ja, am 30. November darf endlich die bayerische Polizei und jetzt bitte auf die Wortwahl achten, potenzielle Tatorte möglicher Gefährder nach DNA durchsuchen und sie dürfen Bitcoin beschlagnahmen. Also nochmal von Anfang an, potenzielle Tatorte möglicher Gefährder, das ist im Prinzip alles. Wenn ihr dieses Video guckt, seid ihr wahrscheinlich ein möglicher Gefährder, weil ihr hättet das Wissen für so ziemlich alles und ein potenzieller Tatort ist... Was? Also darf nach DNA Ausspuren durchsucht werden und sie dürfen Bitcoin beschlagnahmen. Also hier liegen gerade keine. Viel Spaß beim Suchen. 1. Dezember, ein schwarzer Tag in der Menschheitsgeschichte, denn... Ach... Meghan Markle will irgendeinen Königskasper heiraten, Prinzen, was weiß ich, ich kenne mich dem Royal Zeug nicht aus. Meghan Markle, Suits, die niedliche erst Anwaltsgehilfin und dann Anwältin. Jetzt heiratet die und will mit Fernsehserien aufhören. Erzähl fix, wo kommen wir denn dahin? Am 2. Dezember ist mein Plasma zum zweiten Mal verreckt und das hat mich dann inspiriert zu dem Video zu geplanter Obsoleszenz. Ist vielleicht ganz interessant zu gucken, weil man das in dem Fall... Ja, man kann den Gedankengang nachvollziehen und dann könnt ihr euch am Ende selbst eine Meinung bilden. Vielleicht. Ja, 4. Dezember, irgendjemand hat beschlossen, die schwedische, ist es glaube ich, Krimiserie, die Brücke, neu zu verfilmen. Das wäre das zweite Remake. What could possibly go wrong? Ja, wir sind noch nicht fertig. Am 15. Dezember A priest used the butt of Jesus as an 18th century time capsule. Also da hat ein Priester eine Jesusstatue verwendet, um eben Nachrichten an die Nachwelt im Arsch zu verstecken. Was habe ich da gesagt? Da schaut man immer zuletzt. Priester des 18. Jahrhunderts hat den Hintern einer Jesusstatue als Zeitkapsel für seine Nachricht verwendet. Quasi Arschfax. 7. Dezember, DHL sagt, wenn man ein verdächtiges Paket mit Fehlern in der Anschrift und Rechtschreibfehlern zugeschickt bekommt, dann sollte man auf jeden Fall alle Behörden benachrichtigen und um Hilfe schreien. Und ich sage dann so, Rechtschreibfehler, unklarer Absender, Drähte gucken raus, ups, also alles, was ich in letzter Zeit bei eBay geschossen habe. 7. Dezember, die Story ist großartig, da hat es ein Journalist geschafft, auf TripAdvisor ein nicht vorhandenes Lokal, also eigentlich sein Schuppen, als number one place to go zu lancieren. Und die Story ist großartig, weil am Schluss hat er so viel Erfolg, dass er dann tatsächlich auch einmal das Ding so weit bringt, dass wirklich er da Essen serviert. Also im Prinzip hat er seinen eigenen Fake nachher realisieren müssen. Lesen, 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 lesen. Ja, am 7. Dezember auch wieder etwa eine Story, die einen erschüttert und überrascht. Das Gericht darf einen 15-Jährigen nicht zum Masturbieren zwingen, um an ein Beweisstück für bestimmte Bilder zu kommen. Da hätte man nicht drauf kommen können. 10. Dezember, wir hatten dann das mit den Paketbomben schon und aus der Serie Alles wird besser mit Kameras, Pakstation jetzt mit Kamera. Da werden die Schienmaskenhersteller sich aber freuen. Denn entweder man ist registriert bei der Pakstation oder nicht. Was soll an der Kamera die ganze Sache noch sicherer machen? I don't know. 13. Dezember, der Beweis, Menschen, die einen andauernd auf Grammatikfehler hinweisen tun, waren meistens Trottel gewesen sein, habe ich geschrieben. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Und jetzt kommen wir eigentlich in die Jetzt-Zeit. 14. Dezember hat mich Walulis, ihr kennt den Medienkritiker auf YouTube, erstaunt, weil er hat The Grand Tour, Season 2, Episode 1 geguckt und sie hat ihm gefallen, genauso wie wir. Ist erstaunlich. Grand Tour, Season 2, Episode 1 und 2 waren bisher hervorragend. Schöne Szene, wie sie sich darüber unterhalten, wie das Elektroauto, in dem Hammond verunglückt ist, fünf Tage lang gelöscht werden musste. Ja, ähm, heute, heute, am 16.12. aus der Reihe Sicherheitstheater, was ist das? Oder Security Theater, was heißt Sicherheitstheater? Das Sicherheitstheater ist, wenn man öffentlichkeitswirksam Sicherheitsmaßnahmen ergreift, die eigentlich keine Wirkung haben. Das sind zum Beispiel Polizisten mit Maschinenpistolen, die auf Weihnachtsmärkten patrouillieren. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, es schadet ja nichts. Das ist quasi wie Homöopathie. Das Dumme ist, wenn sich dann Schüsse aus den Waffen lösen. Zweimal. Ich verwende diesen Spruch noch einmal. Es ist so schwer, gutes Personal zu kriegen. Und das war jetzt mein Jahresrückblick für 2017. Und jetzt würde mich interessieren, ist die Welt so bescheuert, wie ich sie halte? Oder habt ihr vielleicht eine ganz andere Meinung? Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt viel eingekauft. Also so wie ich das jetzt gesehen habe, auf meine Amazon Affiliatings, hier wieder der Werbeblog, ging ziemlich viel. Ihr habt ziemlich viel meine Videos geguckt. Es ist, das war nett von euch. Es war das, dieses Jahr war eine ziemliche Höllenfahrt auf verschiedenen Ebenen, nicht nur auf YouTube. Fand ich toll, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich bei allen Arschlöchern, die böse Kommentare geschrieben haben. Ihr könnt es euch wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ich habe mich großartig unterhalten. Es wird demnächst ein Video geben über Diskutieren mit Idioten. Natürlich auch bei allen, die nette Kommentare geschrieben haben, selbstverständlich. Wir kennen uns ja inzwischen schon fast. Ja, also eine interessante Gemeinschaft, die sich hier so zusammenkondensiert hat. Und bevor ich jetzt, bevor jetzt alle anfangen zu weinen, möchte ich das Video dann doch so langsam beenden. Nochmal vielen Dank an die Leute, die mich bei Patreon unterstützen. Zum Glück hat sich jetzt, hat die Plattform jetzt die letzte Änderung zurückgerudert. Es hilft. Und ich habe übrigens, wenn ihr auf der Kanal-Info da oben guckt, ich habe jetzt auch schon mal die Frage gehabt, hast du kein Paypal-Spende-Button? Ich will nicht das andere Zeug machen. Ich will nicht Patreon und ich will nicht bei Amazon einkaufen. Gibt es jetzt auch? Reich wäre die nicht. Braucht ihr keine Angst haben. Falls doch, dann werde ich auf jeden Fall ein krasseres Auto kaufen als Apo-Red und Leon Machia zusammen einen größeren Urlaub machen als Bibi und in mehr Hühnchenschlegeln baden als keine Ahnung, welcher Kasper das jetzt wieder war. Ach, jetzt lassen wir es wieder gut sein. Ich wünsche euch ein... Ne, komm, fangen wir jetzt nicht mit dieser Scheiß-Wünscherei an, oder? Denkt immer daran, bleibt nicht so, wie ihr seid. Entwickelt euch weiter, macht alles ein bisschen anders. Eines vereint uns alle, wir werden alle sterben. Was du heute kannst besorgen, kann dir morgen keiner mehr wegnehmen. Und damit würde ich sagen, guten Abend.